Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Gewagte Frage, heute mit dem Titel War Mohammed wirklich ein Segen für die ganze Welt? Hier nehme ich Bezug zu Koran Sura 21, 107, die besagt Und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Welten gesandt. War er auch gnädig und barmherzig zu den Nicht-Muslimen? Dieser Koran-Vers wird heute auf seine Richtigkeit überprüft und auch dieser Behauptung wollen wir in Mohammeds Leben auf den Grund gehen. Vor allem stellt sich erst einmal die Frage, was hier mit Barmherzigkeit für alle Welten gemeint ist. Gilt sie wirklich für alle Menschen? Achtet Mohammed darauf, niemandem Leid anzutun? Einige Islam-Theologen erklären die Bedeutung dieses Koran-Verses wie folgt. Die Barmherzigkeit bringt man nicht allen Menschen entgegen, sondern nur den Gläubigen, also nur Muslime gegenüber. Dies gilt nur für solche, die an die Richtigkeit seiner Botschaft glauben. Die Erklärung der muslimischen Theologen ist klar. Einst sagte Mohammed selbst, O ihr Quraysh, bei Allah, ich bin zu euch mit der Schlachtung gekommen. Auch die Aussagen, meinen Lebensunterhalt bestreite ich mit meinem Speer und die Aussage, ich bin mit dem Schwert geschickt worden, sollen auch von ihm stammen. Es ist klar, womit er seinen Lebensunterhalt verdiente, mit Morden und Raubzügen. Muslime sind der Meinung, der Islam wurde nicht mit dem Schwert verbreitet. Das sei eine Behauptung des Westens und der Islam hasse. An dieser Stelle würde ich nur das wiederholen, was Mohammed selbst sagte. Ich bin mit dem Schwert geschickt worden. Mohammed sagte auch, ich siegte durch Abschrecken. Also, Terror und Abschrecken waren seine Mittel zum Herrschen und zur Verbreitung seiner Botschaft. Nicht etwa durch Argumente und Überzeugungskraft, wie man denken möge. In einem Hadith, der mehrfach in authentischen islamischen Quellen erwähnt wurde, soll Mohammed gesagt haben, Mia wurde befohlen, gegen die Menschen so lange zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Mohammed sein Gesandter ist. Im Musnad Ahmad erfahren wir auch durch einen weiteren authentischen Hadith, dass Mohammed mit seiner Handbewegung vor dem Hals gestokulierte, als er den Quraysh mit Mord drohte. Was jetzt im Irak und in Syrien geschieht, hat eine enge Beziehung mit diesen Texten. Um den Einfluss dieser Worte Mohammeds aufs Handeln der Menschen in unserer heutigen Zeit zu bestätigen, würde ich Ihnen einige Videosequenzen von islamischen Geistlichen zeigen, die diesen Text verwenden. Machen Sie sich bitte selbst ein Bild darüber. Und die Nachdenke, die die Nachdenke ist, dass Sie die salty sind, und die drinsteben sind lieben, dass es nicht gut geführt werden. Musik Jesus, der wesentliche die Nachdenke ist, dass es die Nachdenke ist, Und die Nachdenke ist die Nachdenke ist die Kirche. Walker kamen die Nachdenke, dass es die Kirche und die Kirche kamen geht. Und er sich an einem Schiffen, die Nachdenkeiertel war, was sie an das distortedt. Also, dass es seiner Kirche kamen die Kirche kamen, was sie zu vermund machen. Als Kirche kamen die Kirche kamen. Ich habe mir gesagt, dass die Menschen in der Kirche leben können. Der Prophet der Barmherzigkeit genehmigte sogar das Töten der Kinder von Ungläubigen. Einst erzählten Muslime Mohammed, wenn wir die Ungläubigen nachts angreifen, sind ihre Kinder und Frauen dabei und wir töten sie auch. Eigentlich sind sie keine Kämpfer und besitzen auch keine Waffen. Die getöteten Kinder sind sechs Monate oder ein Jahr alt. Daraufhin sagte Mohammed, sie stammen von ihnen. Diese Geschichte finden sie in Sahih al-Bukhari im Dschihad-Kapitel. Gemeint ist hier, sie sind genauso ungläubig wie ihre Väter. Also kein Problem, tötet sie. Das Töten von Kindern und Zivilisten ist ein Verbrechen. Für Mohammed ist es eindeutig nicht der Fall. Ist es das, was Muslime unter Barmherzigkeit verstehen? Wenn dies der Fall ist, dann will ich lieber darauf verzichten. Vielen Dank, Mohammed. Deine Barmherzigkeit brauchen wir nicht. Dieser Prophet der Barmherzigkeit ließ alle Männer von Banu Qurayda tüten und deren Frauen und Kinder entführen. Die muslimischen Gelehrten berichteten in den islamischen Quellen, dass Mohammed Jugendlichen zu Töten befahl, denen die ersten Bart- und Schamhaare wuchsen, also 14- oder 15-Jährige. Sonst sah man in Frauen und Kinder eine Beute. Sechs bis neunhundert Menschen wurden kaltblütig vor Mohammed massakiert. Ihre Frauen und Kinder wurden entweder verkauft oder versklavt. Ihre Schicksal interessierte Mohammed nicht. Stellen Sie sich vor, Israel würde heute den Palästinensern Ähnliches antun, was Mohammed den Juden vor geraumer Zeit antat. Wie würden wir reagieren, wenn die Israelis die Jugendlichen und Männer von Hamas töten und deren Frauen und Kinder als Sklaven nehmen würden? Würden wir es nicht für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit halten? Mohammed hat dies den Juden angetan. Ich hoffe, wir lernen aus dieser Angelegenheit und lernen von unserem Herrn Jesus Christus, der sagte, Als nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch.